Take Nummer 2, probier's nochmal von neuem. Hi, alle zusammen. Da Luke ja die Frage mit dem Dash nicht so richtig beantworten konnte, oder wollte, wie auch immer, versuch ich das jetzt so ein wenig. Und Jakob hat ja schon in den Kommentaren gesagt, dass es wirklich nie schlecht ist, sein Bewegungsrepertoire zu erweitern. Das heißt, mit allem rumspielen, alles ausprobieren und sich nicht auf irgendwelche Bewegungen beschränken, sondern sich einfach nur bewegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach natürliche Bewegungen holen, alles ausprobieren und im Grunde ist es nichts Schlechtes, es ist alles gutes Training. Und dazu gehört halt auch der Dash. Wie ich den Leuten den Dash versuche, ein wenig nahe zu bringen, ist es, erstmal über die Mauer drüber zu springen und mit den Händen nach hinten die Mauer zu fühlen eventuell. Dass ihr ein Gefühl dafür bekommt, wo ihr euch befindet und wo sich die Mauer befindet, dass ihr eventuell immer mehr runtergehen könnt, immer weniger springen, um euch irgendwann dann auch mit den Händen abzustützen. Also sich langsam an die Sache rantasten. Wenn ihr das ein bisschen ausprobiert habt und immer ein bisschen knapper gesprungen seid, am Anfang werdet ihr einfach drüber fliegen und irgendwie vielleicht gerade noch so mit den Händen drüber streifen. Ihr könnt auch erstmal mit der linken Hand drüber und dann mit der rechten. Also drüber springen und dann so ein bisschen noch hinterher schleifen. Wie gesagt, einfach ein Gefühl dafür bekommen. Und dann ist es relativ schwierig und es ist wirklich eine reine Kopfsache, sich nach hinten zu lehnen und die Rückenlage zu bringen, die Füße nach vorne auszustrecken und wirklich das Gewicht auf die Hände zu legen. Wobei man ja mit den Augen die Mauer nicht fixieren kann, wie bei jedem anderen Wolfs. Lazy, Katze, Speed. Man hat immer die Mauer vor den Augen. Und beim Dash ist es halt nicht so. Das heißt, das Gefühl ist ganz wichtig, dass ihr wissen, wo ihr seid in der Luft. Es ist eigentlich relativ ungefährlich, weil selbst wenn ihr am Rupperschen würdet, ihr würdet irgendwie dann reinfallen und euch mit der Achse oder so abfangen. Es kann eigentlich nicht viel passieren, außer dass ihr würdet, wenn ihr es wirklich total tollpatschig mit beiden Händen abrutscht und dann... Aber selbst dann, wie gesagt, Fallen ist wichtig und fallt auch mal hin, ist nicht schlimm. Jetzt gibt es natürlich ganz viele Variationen. Ihr könnt das Ganze mit dem Lazy kombinieren und die Hände leicht versetzt aufsetzen. Sieht dann so aus. Auch in beide Richtungen. Auch im ersten mit dem inneren, mit dem äußeren Bein kicken. Ganz viele Variationen. Dann gibt es den schönen Cash. Kombination aus einer Katze und dem Dash. Macht halt auch wahnsinnig viel Spaß, mit zumindest. Und zum Beispiel ganz gut, wenn man über Geländer springen will. Bei einer Demi-Tour hat man diese Drehung drin. Und muss sich dann erst noch mal drehen, um weiter zu gehen. Beim Cash kann man drüber gehen. Ist direkt da. Und kann weiter aus dem Bild springen. Es ist auch gut, dass man bei vielen Videos der Spanier momentan sieht, wie sie präzis machen und sich dann direkt im Dash runterlassen. Auch eine wahnsinnig gute Sache, weil man halt kontrolliert runtergeht, ohne zu droppen. Heißt, rauf gehen und dann runterlassen mit den Händen. Das kann in jeder, eigentlich generell ist es gut, wenn man anstatt direkt runter zu droppen, irgendwie die Hände verwendet, um halt runter zu gehen. Und da ist halt wieder gesagt, so ein Dash ist halt schneller, als sich zu drehen und in der Demi-Tour runter zu gehen. Ich hoffe, es hat ein wenig geholfen. Und Luke, mach weiter so. Ist eine coole Sache. Ich hoffe, 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 Vielen Dank.